Naja. Ach, ich voll Pfosten. Oh, nein. Jetzt weiß ich, was ich noch erzählen wollte. Und zwar habe ich, ähm... Damit ich das so ein bisschen... Ja, damit das nicht alles hier im Dienst gezeigt wird, bin ich beigegangen und hab, ähm... Für den legendären Ring, wo man in der Himmelsnadel muss. In die Himmelsnadel. Das habe ich dann mal ohne Aufnahme gemacht, damit das nicht immer... Naja, weil Dungeon ist ein bisschen langweilig, wenn man da nichts großartig zu zeigen hat. Also habe ich den Ring außerhalb einer Aufnahme geholt. Und die Quest wollte ich eigentlich noch abgeben. Jetzt habe ich das auch schon wieder verpennen, so ein Scheißdreck. Naja, das machen wir dann eventuell gleich noch. Wenn wir hier durch sind. Ich denke mal, wenn wir die Quest hier fertig haben, dann machen wir das eben. Ah, Alter. Hier geht mir auf die Nüsse. Was? Da drückt mich das Drecks hier einfach. Da drückt mich das und wir das noch mal sehen. Gucken, ob da noch was Schönes drin ist. Fumusti, gumusti. Hm. Hm-hm. Ich dachte, hier wäre noch ein Beutel drin. Ist ja noch aber nichts. Was haben wir hier? Ich kann hier noch höher gehen. Oh. Hallo. Batswigs Schatz haben wir hier noch drin. Den müssen wir noch holen. Na ja, mit Hexenmeister kann man schon natürlich leveln, ne? Was? Welche Beute. Also muss ich gucken, wo hier dein vermaler, alter Schatz ist. Das ist der Schatz. Ich hab sie gefunden. Box, Raketenangriff, Bombi-Bälle, alle da. Ist das Bücher? Mein Schatz. Der ist ja komisch. Bis bald, Söker. Ihr könnt mich jederzeit gerne assistieren. So, haben wir die denn jetzt alle hier fertig, oder? Ach, die scheiß Waren fehlen uns noch. Verdammt. Da hab ich auch gar nicht so drauf geachtet. Na ja, na ja. So, hier kann man... Ah, hier kann man drüber klettern. Was bringt mir das? Oh. Da möchte ich doch jetzt gerne mal hin. Da haben wir noch einen Goblin-Bundel. Und dort ist ein Schatz. Aber... Da brauch ich bestimmt irgendwie so ein Raketen-Pack oder sowas. Und von dort komm ich da nicht hin. Von dort auch nicht. Na ja. Äh... Das wär das. Da ist noch was. Publish Summon's Go. Ja, da brauchen wir bestimmt irgendwie Raketen-Bundel oder so'n Scheiß für. Ja, und der liegt auch bestimmt da oben. Das ist voll blöd. Die Shetler sind manchmal total doof. Ja, daUR. Schółprang. Die Shetler. Naja, müssen wir mal erforschen, wenn wir da mal jemand anderes mal dazu kommen. Naja, hab ich gesagt, greif mich an, Alter, oder was? Wir brauchen noch drei solche Bündel. Tres, tres, tres. Drei, drei, drei. Alter, du Mistvieh. Boah, das ist ja blöd, wo die hier rumliegen, ey. Das ist echt stumzendämlich. Naja. Aber was soll's, wir wollen ja auch nicht nur einfach spielen. Ach, leck mir doch die Füße. Huch! Ich glaube, wir machen uns erstmal ein wenig aus dem Staub. Aber das nervt mich jetzt schon, dass diese Bündel da so blöd liegen, dass man die nicht sieht. Das ist doch total scheiße. Naja. Das ist Blizzard. Manchmal haben sie schöne Quests, manchmal haben sie Quests, die einfach nur sinnfrei sind. Das ist übrigens der Grund, warum ich auch keine Charakterquests mache. Die anderen Charakter werden alle durch Dungeon oder durch Berufe und Co. mit. Das ist das. Vielen Dank.